Wo wohnst du? Ich wohne in... Wie geht's dir? Danke. Gut. Wo wohnst du? Ich wohne in Hellwahn. Und du? Wo wohnst du? Ich wohne in Giza. Giza ist eine große Stadt. Ja, natürlich. Wohnst du in... X? Ja, ich wohne in... X. Nein, ich wohne in... Y. Morgen. Morgen. Wohnst du in Hamburg? Ja, ich wohne in Hamburg. Und du? Wohnst du in Hamburg? Nein, ich wohne in Bremen. Bremen ist eine schöne Stadt. Ja, natürlich. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Bonn. Ich wohne in München. Ich wohne in Sachsen. Und du? Wo wohnst du? Ich wohne in... Was ist X? X ist die Hauptstadt von... X ist eine Stadt in... Was ist Berlin? Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Und was ist München? München ist eine Stadt in Deutschland. Was ist Kairo? Kairo ist die Hauptstadt von Ägypten. Und was ist Alexandria? Alexandria ist eine Stadt in Ägypten. Und du? Was ist Banha? Banha ist... Punkt. Ich bin euer rất sind. Und du? Wo kommst du? Ja, ich wohne. Ich wohne. Vielen Dank.